Oh, meine Güte! Jo, Leute, willkommen zu Planet Sites, bei... Passend zum Leiter bin ich heute mal auf Isamir wieder, weil es ist arschkalt draußen. Und, ja, habe gedacht, dann spielen wir hier rund in Isamir, fast zum Winter im April. Bei uns hat es geschneit letzte Nacht. Und ich bin ja richtig käse. Ja, ihr habt richtig gehört, bei uns hat es echt geschneit, sprotal gewesen. Also, ja gut, nicht richtig viel, aber es war schon ein bisschen weiß. Ähm, ihr wundert euch, warum Sven und Markus heute nicht dabei sind. Ich habe sie, ehrlich gesagt, auch heute noch gar nicht angeschrieben gehabt. Deswegen, das war es so spontanaktion, weil ich gerade noch ein bisschen lucht hatte. Boah. Alter, ich kotze gleich. Dass ich gleich kotze. Ey, ich bin richtig ein Lappen heute. Ich weiß, ich bin immer noch mal wieder aufnehmen, aber... Dann noch ein bisschen mehr, weil ich muss konzentrieren und schreien und alles gleichzeitig. Alter, ich krieg nicht bei den einfachsten Down dahinter dir. Oh, jetzt wird mein Akku leer. Akku leer ist verdammte Scheiße. Oh. Ja gut, voll reingerannt. Voll reingerannt. Oh, was machen wir denn? Na, wir kämpfen hier weiter. Ich komm nicht hin. Oh oh. So, eine unsere, unsere... Alter, wie blöd ist der Dinger da gestellt? Da kommst du nirgends wo hin. Das sind unsere... Das ist ein Gegner. Ich weiß nicht, was ich hier habe. Ich schieße mal drauf. Ich hab's auch mal Luftabwehr mitgemacht. Da ist sie immer noch. Jetzt krieg ich nen Kill. Galaxy Kill Assist. Hoffe ich doch zumindest. Oh, meine Güte. Galaxy Kill Assist. Spielt vier Minuten und gleich mal wieder voll reingelangt. Zeige, ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Doch, eigentlich gestern hab ich gespielt. Sonntag, ja. Am Sonntag hab ich gespielt. Aber... Oh, das ist mal ne gute Wache. Da sind das Pulder. Nee. Oh, Alter. Was ist denn das für eine Dreckswaffe? Boah. Boah. Jetzt machst du einen Kill. Ach, meine Fresse. Oh, das ist die BZ weg. Was die BZ jetzt eh weg ist. Sind sie schon da? Alter, was schießt denn da auf mich? Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Verschwinde doch. Du kriegst doch hart Damage. Alter. Das ist so übel. Ich steh so weit weg und krieg trotzdem noch hart auf die Fresse. Aber gegen mich als Sniper seid ihr einfach so oft dient. 3, 2, 1. So, weiter geht's. Das Spiel hat sich verabschiedet gehabt. Deswegen musste ich kurz cutten. Und ja. Sind wir im Leiterbalken? Geht's gleich von vorne los. Ich will meine halbe Stunde nicht hier so verschwenden, deswegen... So, wo sind wir? Ja. Wir sind zurückgedrängt worden hierhin. Wie zu erwarten war. Und jetzt müssen wir hier verteidigen. Aber da weiter, wo wir aufgehört haben, sollten wir ja noch einen sauberen Übergang hinkriegen bis zum nächsten Klassenwechsel. Ach du Gott. Das ist ne Max gewesen, wo ich da einen noch reingepresst hab. Trotzdem legt dem noch schön einer rein. Ich kriege jetzt die Daumen mit der einer mit dem Schuss. Da ist auch einer. Okay, das ist... Das ist immer gut. Das ist nicht schön. Die schießen zu viel. Oh man, oh man, oh man. Jedes Mal so nach 10 Minuten hängt sich mein PC auf. Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss, glaube ich, nach dem Umzug... Muss ich da ein bisschen mal nachkommen rumschrauben, basteln. Max. Da guckst du nur kurz raus und dann kriegst du einen reingezwirbelt. Sind die schon drin? Die sind schon drin. Scheiße. Und die langt da ordentlich durch hier. Das ist ein guter Chaoter. Das ist ein guter Chaoter. Das ist ein guter Chaoter. Aber momentan lecken die immer so ein bisschen. Was ist ein guter Chaoter? Ich will gerne. Es geht schon mal umschrauben. Alter, ich krieg die nicht. tot zweit ist ja ich muss nur die karte von eben kommst du einfach nicht weiter ja aber dann muss ich aber nah ran um die effektiv zu sein und allein ohne team ist es kacke ja schön reingelaufen da sind schon wieder bei arm weil wir verteidigen jetzt zwar gut und schön aber die umgehen uns einfach schwimmt nehmen nach unten das behinderte wir machen sie eigentlich richtig warum sollen die uns nicht lange davon aufhalten mit uns alter es ist schon merkt es ist doch recht wir sind ja schon hinten dran dass sie schon hinten dran sind und das nächste base ist die hier wo fällt die haben echt keine chance gehen die 18 prozent nur noch es ist echt lappig so was woher hinten Peace.